hallo und herzlich willkommen bei einem neuen video von eurer gameplayerin heute möchte ich euch in die frostgewölbekluft entführen und zwar ist das das neue haus vom neuen dlc da müsste ach so genau und das dlc beziehungsweise das haus befindet sich in ostmarsch hier oben in der ecke so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020